Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für Sie. Corona, stellen Sie sich bitte vor. Ich bin Covid, aber alle nennen mich Corona. Ich bin 19 Jahre alt und gebürtige Viren. So, so, was halten Sie von der derzeitigen Lage? Habe mich echt auf die USA gefreut. Ich werde endlich wieder meine Verwandten sehen. Nur wegen diesen blöden Kontrollen kommt keiner von uns ins Ausland. Das verwirrt doch alle. So eine Frechheit. Das tut mir leid. Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Was können Sie gar nicht ausstehen? Darauf habe ich eine ganz einfache Antwort. Ich hasse Desinfektionsmittel. Ist ja gut. Ich habe es verstanden. Beantworten Sie mir noch diese letzte Frage. Haben Sie in letzter Zeit Hamsterkäufe erledigt? Hallo? Sehe ich so aus? Ich bin Corona. Ich esse einfach das, was ich finde. Ich kaufe noch keine Lebensmittel. Aber Hamster sind süß. Finden Sie nicht auch? Ja, ich stimme Ihnen durchaus zu. Aber das ist ein anderes Thema. So, weißt du das jetzt? Ich habe heute völlig verplant. Ich muss noch zum Friseur, zur Demo und am Abend bin ich auch auf eine Infektionsparty eingeladen. Die will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ja, wir sind fertig. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bin weg! Nein! 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 Musik